Ja, herzlich willkommen meine Damen und Herren. Ich darf Sie begrüßen zum heutigen Seminar der DWS Steuerberater Online GmbH zum Thema Beschäftigung osteuropäischer Saisonarbeitskräfte. Mein Name ist Ulrich Thiemann. Ich bin Steuerberater und beschäftige mich seit 30 Jahren mit der Besteuerung von landwirtschaftlichen Betrieben. Und für die Landwirte ist die Beschäftigung von Saisonarbeitskräften ein ganz wichtiges Thema. Wir hätten kaum deutschen Spargel oder deutsches Obst und deutsche Weintrauben, wenn uns nicht die ausländischen Saisonarbeiter dabei helfen würden. Und die Landwirte haben Probleme, das eben richtig abzuwickeln. Und wir als Steuerberater sind dabei, eben den landwirtschaftlichen Mandaten zu helfen. Wobei es nicht nur bei Landwirten ein Thema ist, sondern zum Beispiel auch in der Hotel- und Gastronomie. Wir haben an den deutschen Nord- und Ostseebädern sehr, sehr viele Arbeitskräfte, die eben aus Polen stammen und dort eben in der Saison helfen. Ich möchte mich nach der Problemstellung allgemeinen Arbeitsmarktregelungen widmen, dann den sozialversicherungsrechtlichen Regelungen, dann steuerrechtlichen Regelungen. Ich möchte mich noch mit dem Mindestlohn befassen, auf die arbeitsvertraglichen Grundlagen eingehen und zur Finanzkontrolle Schwarzarbeit Stellung nehmen. Zunächst einmal zur Problemstellung. Wir haben verschiedene Problemfelder. Einmal die Arbeitserlaubnis, dann die Sozialversicherung, wir haben die Lohnsteuerfragen, wir haben Arbeitsvertragsregelungen, Mindestlohn und noch diverse sonstige Themen. All diesen Dingen steht der Arbeitgeber gegenüber. Wir als Steuerberater sind eigentlich nur zuständig für den Bereich Lohnsteuer. Aber der Mandant erwartet natürlich von uns diverse Antworten auf all diese Problemfelder. Aufpassen müssen wir, dass wir uns in einem Bereich befinden, in dem wir eigentlich als Steuerberater nicht die Beratungsbefugnis haben. Wir sind kein Rechtsanwalt, der Arbeitsverträge ausarbeiten darf. Wir sind eigentlich auch im sozialversicherungsrechtlichen Gebiet nicht der Anwalt, der in Sozialversicherungsfragen beraten darf. Umgekehrt wiederum wird es von uns erwartet. Und wenn wir nicht darauf hinweisen, mit welchen Problemen man da rechnen muss, dann setzt man sich auch Schadensersatzforderungen aus. Ich möchte zunächst einmal zum ersten Thema kommen, den allgemeinen Arbeitsmarktregelungen. Da haben wir zu unterscheiden, ob es Arbeitnehmer sind aus den EU-Beitrittsländern, ob es Arbeitnehmer aus Drittländern sind, ob es vielleicht andere spezielle Fälle gibt, zum Beispiel die Haushaltshilfen als kleinen Exkurs oder die Beschäftigung von Flüchtlingen als Exkurs. Zunächst einmal die Frage Beschäftigung von Arbeitnehmern aus EU-Beitrittsländern. Die Arbeitserlaubnis, da gilt der Grundsatz innerhalb der EU, wir haben einen freien Zugang zu den Arbeitsmärkten. Für alle EU-Bürger gilt deshalb heute, es ist keine Arbeitserlaubnis mehr erforderlich. Das heißt, wir haben volle Arbeitnehmerfreizügigkeit. Der polnische Arbeiter oder der rumänische Arbeiter, der darf in Deutschland arbeiten. Das war vor Jahren noch anders. Für die EU-Länder hinsichtlich der Saisonarbeitskräfte gilt deswegen heute kein Anforderungsverfahren mehr erforderlich über die regionale Arbeitsagentur, über die Zentralstelle für Arbeitsvermittlung, auch keine Vermittlungsgebühr mehr bei der Arbeitsverwaltung und es ist kein Einsatz des früheren Formulars Einstellungszusage Arbeitsvertrag mehr erforderlich. Insofern wichtig, die ein dieses Jahr in der EU-Bürger in Deutschland stand natürlich ein Wetter-Länder aus dem Ausgleichen, in der EU-Länder, 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 die wir im Umfeld, in der EU-Länder, in der EU-Länder, in der EU-Länder, in der EU-Länder und